Perfekt. Und wir sind hier unten. Das ist halt der erste schon kommen. So können wir rechts nicht auf den Sack kriegen, aus dem Nichts. Ja, von den dämlichen Guns. Ja. Mit denen hat heute wieder eine Schießerei. Aber dadurch, dass ich hier, weißt du, ich muss Audio aufnehmen, Aufnahme drücken und dann hier noch, und das habe ich vercheckt irgendwie. Ach so, ja. Und da habe ich halt praktisch nur das Audio gehabt, aber kein Video. Das war so ein geiler Raid. Das war auf Customs aber, das war wirklich eine Ballerei. Da waren ein paar PMCs, die habe ich erschossen, die haben auf mich geschossen, dann haben sie die Guns eingemischt. Dann haben die auf die Guns geschossen, die Guns auf mich, die Guns auf die. Es war ein wahnsinns Gefecht. Naja, aber dreimal kannst du raten, wenn ich erschossen habe. Gibt es ja nur zwei, die ich immer erschieße. Also nicht ein Maskenmann. Ne, der Maskenmann hat mich umgelegt. Dachte ich mir. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, wenn ich den sehe. Nicht, dass er mich erschießt, aber er sieht schon gruselig aus, der Idiot mit seiner toten Maske. Mh. 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 Du hörst dich irgendwie schwer an. Ich wiege schon 44. Ich habe noch nicht mal was gelootet, weil ich habe die Chen vorhanden. Ja, wo du jetzt bist, da hat Big Vibes einen Kindhaken gekriegt. Der Waage hier neben dem Baum, alter. Geil. Aber schade, dass Knight nicht dabei war. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe den gesucht, da waren wir raus. Nur Bird Eye und Big Pipe. Knight ist ja wohl ein dummer Kind. Ja. Die Sonne geht mir auf den Sack. Ja, top time. Ja, top time. Genau. Da war der Tank. Ja, warte. Ich sehe gar keinen. Ich auch nicht. Es sitzt da hinter dem... Das ist Müll. Da ist er. Da muss ich mal gucken, ob ich bezielen kann ordentlich. Lieber vielleicht ein bisschen zu hoch halten. Geschafft. Geil. Na dann auch ins Ressort. Ja. Jetzt darfst du den Sniper aufwiesen. Dunkel wird es hier. Warum ist das dunkel eigentlich hier? Ich weiß auch nicht. Sieht komisch aus. Geht die Sonne unten wo oder was? Meinst du? Ich glaube ja. Meinst du? Ich denke schon. Die müsste doch eigentlich hoch gehen. Die war da vor uns höher. Was ist denn das denn scheiß? Haben wir einen Nachbarn gewählt? Also ich? Das ist eigentlich später. Ja, wahrscheinlich. Hä? Ich sehe ihn nicht. Das steht wahrscheinlich auf der anderen Seite. Boah, scheiße. Was ist denn da? Ja. Geisterstunde. Ich habe ja Dammel wandelt meistens. Ja, ich auch. Das ist eine gute Empfehlung. Na ja. Sie ist gut. Ich schwöre auf die. Ich bin halt nicht so älter wie die anderen. Ich hatte sonst eine die andere noch von Glück. Oder die Clash auch mal eine. Die war so feiner hell. Aber alles weiß. Wenn der Clash gibt es dann glaube ich nur noch die andere Variante ohne. Das macht keinen nicht die andere. Da ist so eine ziemlich große runde Kappe vorne. Ziemlich große Linse hat die. Die ist aber kacke. Keine Sniper hier? Komm. Hier auch Affen. Ist ja auch komisch. Letztens waren die Nägel noch was zu 100.000 mehr. Ja, 15.000 vorhin. Ich wollte welche verkaufen. Ich verstehe das alles nicht mehr. Die kommen aber wieder denke ich. Warum ist das so? Manchmal haben die eine Macke, da geht das Zeug weg. Ja. Ich verstehe das nicht. Bauen die alle gleichzeitig ihr Hideout aus? Es gibt ja auch immer neue, die hier reinkommen. Ja. Die Pauke ist ja dann auch. Was für normal durfte es so bleiben. Eigentlich ein anderer Pauke ist eigentlich. Ja. Müll ist genau gleich nicht. Na ja, ne. Ich habe hier auch einen Schlüssel gefunden. Warte mal, was ist denn das? West Wing 207. Da gucke ich gleich mal rein. Da kann man schon mal dabei sein. Ganz viele Mitte. Was ist los? Der Kniper. Da hat er erstmal eine 50 BMG gefangen. Oh, geht weiter. Uns? Ne, ja. Oben. 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 Am Stein. Woens. Hinter dem Fels. Hinter dem Plen. Okay. Da hat er hinter gekrochen. Boah. Das ist ein dumme Kind. Hier? Vor dem Fenster? Ja, ja. Dahinter. Ja. Da hat's ihm so recht weg gehen sehen. Na, wo ist er denn? Hä? Na, mich nicht. Aber ich komme hier von der rechten Seite. Ja, ja. Wir sehen da an der Lampe. Hier ist nicht. Hä? Hä? Der ist ja gerade langgekommen. Der ist dumm. Hä? Weg ist er. Ohne, dass wir es mitbieten? Ja. Ich hab den gerade nach rechts gehen sehen. Hinter dem Selsen. Ja, doch nicht da. Wo ist er denn? Schießt er auch nicht mehr? Nö. Das ist was oder? Gesprengt? Aber nee. Da muss er ja irgendwie rumliegen. Ja, doch gar nicht. Und hat auch nicht geschrieben. Nö. Hä? Sober auf. Das muss man auch mal verstehen. Ich verstehe sowas nicht. Die Arschlecher cheaten doch. Na klar. Die sind plötzlich da. Und genauso sind sie irgendwie wieder weg. Hm? Meistens plötzlich hinter dir noch da. Ja. Ja, aktuell hier rein. Das klingt auf alle Fälle gut. Was, wo? Der Buchgranaten, Freunde. Und das war lang wie lange nicht war. Oh, ich spreng mich nicht. Nö, ich schmeiße nicht mehr. Nö. Da waren drei in alle Richtungen. Weil ich könnte eher gefahren. Ich hab nicht gehört. Nö, hier ist nichts. Was ist denn los? Oh Mann, muss ich... Was? Wieso hängt mein Bild? Ich muss runter. Ich muss dringen. Oh, au, au, au. Ich bin hier hinter der Kante. Ich muss meinen... Boah, eine Blutung. Das ist einfach, Alter. Ich glaube, einen hab ich erwischt. Ja, die sind weg. Ey, bei mir hing's. Ich hab die Kanade sonst wo hingefeuert. Mhm. Das ist Krippen hier. Nein, nein. Ich hab einfach reingehalten. Ich hab gar keine Fahrtenkreuz mehr gesehen. Da waren zwei. Du hast doch wahrscheinlich zwei hingelegt. Ja, ja. Ich hoffe. Oh. Was? Oh, 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 oh. Da ist rechts irgendwann einer. Vorm Ostring wahrscheinlich. Boah, es geht auch was, ja. Hau ab. Komm, heile dich, heile dich. Der hat dich Motherfucker genannt. Ja. Ja. Mich hat einer von unten beschossen. Was, von unten? Ja. Ich bin gleich überfett hier. Was? Wo? Wo bist du? Du bist oben, ja. Ich bin jetzt hier hinter dem. Ich bin wieder am Hang. Aber hier hat mich einer beschossen gerade. Wenn ich jetzt auf mich hieß, bin ich an der Wand. Ich bin an dem Hang, wo wir runtergekommen sind. Äh, hochgekommen sind. Ja, was laufen oben. Rennen und... Ich bin ein bisschen her. Ach, das war ein blöder Scheffang. Oah. Ich komm' hier ein paar nirgends her mit dem Heiligen. Ja, ich stand hier, da hat mich was beschossen. Nein, hier ist einer. Bei mir. Hilfe, 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 Hilfe. Warte, ich komme! nicht mich erschießen ich dachte du bist ja in der hütte trainer ich hab hier gehackt hier wie kam denn der hier rum der hat auch in den arm schwarz geschossen keine ahnung da muss ja mir vorbei ran sein ich bin heute auch in customs in den worms da kam auch im film sie die treppe runter so schnell ich habe ich glaube ich zwei oder drei hits verpasst das haben wir vorbei gerannt blieb stehen und beschossen mich bin ich dann in den reihen gerannt um den so in ihm so drum um ihn drumherum und bin dann um die kurve wieder abgebogen er hat mich nicht getroffen kann ich doch mal reden war noch ganz normal keine granaten und da hinten schreit noch das sind umziehen ist von der realität hat er das mal anstopp wirkung ich hab ihn jedenfalls noch nicht mehr rennen wollen ja da liegt doch oh da liegt im treppenhaus alter ne die sehen wir auch nicht da müssen wir hin pushen die sind rechts wie links aber wie das denn ich bin doch schon lange weg man wir müssen hier hinten im berg hoch und durch den zaun ja da steht auch das ist übelst dunkel das ist ja auch egal ja ach hei sie er bändet hör doch mal auf deine mutter sieht er bändet junge das ist er bändet scheinbar kommen wir hier hoch ne genau hier vorne ja lass uns weiter runter das ist zu weit weg das verstehen die toten nicht die können gar nicht sehen die haben gar keine Lampe ne man sieht keine Hand vor Ohren ja hei sie er bändet an aber wie denn die im treppenhaus könnten ja die hatten nicht aber vielleicht kann die arschbeigenden Nachtsichtgeräte ja wenn du die tot hast dann nicht mehr ne komischweise ach für die ist es alles gleich denen ist es egal Tag nach die können rechts wie links das ist es ja immer ich gehe mal da rechts ich gehe hier rein hier vorne habe ich beste Erfahrung ich habe ihn ich gehe hier vorne rein wie es sich gehört Stil F ah ich kann auch bei Niemann jetzt sieh mal den gibt es zu spielen aber ich gehe mal Ruhe was ist das für ein Idiot ich gehe mal für's ich gehe mal für's ich gehe mal für die sind es ist ich gehe mal für's ich gehe mal für's mann stoppwirkung die gen 4 regelt jungen das stimmt so hier liegen sie alle mause tot hier hat noch wirkt ja ich hab den rückenschuss verpasst da wirst du am raum da muss hin dass der noch rauskommt und dann schwarze welche manch gehen wir rein ich habe hier drei mann erschossen ja auch damals Richtung Ostring. Da ist auch irgendwas. Die spinnen doch, Alter. Vielleicht war es auch ein Skeff. Keine Ahnung. Einer war ein Skeff und der andere liegt hier, ja. Von wo wurdest du geschossen? In Richtung Ostring, hinter. Ach so. Ja, schon mal dritten. Das ist nicht immer noch frei. Ich schon bin noch. Freik ja nicht. Vor allen Dingen, was mischt sich hier das Skeff zwischen die PMCs, Alter? Mhm. Alter. Du kannst dir ja auch nochmal angucken, wenn du was möchtest von denen. Ach so, nochmal BMG reinladen hier. So, komm mal. Ich sitze hier hinterm Schrank. Da ist auch noch einer hinterm Schrank. Geil. Vorne liegt auch noch einer. Ich weiß nicht, Kopfhörer oder was? Keine Ahnung. Irgendein Plunder. M41, ja. Da ist Frank. Mhm. Da ist Frank. Mhm. Da haben wir aber schon. Ich bin ja vorne eigentlich. Mann, Stopp Wirkung. Ja, ordentlich. Wenn der M-Pie ist. Ja, geil. Wenn der M-Pie ist. Geil. Da kann ich das hier mitnehmen. Und sie ist verschüssert, sage ich dir weg. Alter, wie will man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Was so ein Plan war. Wie er reinkam. Wie der Teufel auf Rädern, Junge. Ja. Du meinst, wird direkt bestraft hier. Wollte uns pushen. Wollte uns pushen. Seine Mutter hat immer gesagt, Junge, komm in die Pushen. Achso, warst du schon in dem Raum? Nee. Ich habe West Wing. Achso, okay. Ja, ich habe ja auch West Wing. Das ist natürlich im Osten. Ihr durch ist blöd, glaube ich. Ich lasse es außen lang, oder? Eigentlich gehe ich schon mal außen lang. Da gehst du rein. Links, rechts, bist du da? Ja. So war eigentlich der Plan, aber. Den haben die ja zunichte gemacht. Ich glaube, das ist hier auf alle Fälle besser. Boah. Wo denn, Alter? Ja. Du lüt'n Kind. Worn und blöd. Warte mal. Das war doch kein Scaff, oder? Das war doch kein Scaff, oder? Das war okay, nur irgendwie. Das war alles wie eine Jusikmitte zu untersuchen. Ja. Das war ein Scaff, ja. Das war ein Scaff, also. Boah. Ich bin Kinder. Ja. Ja, ich dachte gar nicht. Hält uns von unserem Kostrom ab. Ja, wir müssen hier noch ins Dunkeln rumrennen. Stimmt genug. Ja. Zwei Hälfte. Ich hab's ja mal ne März drin ja. Sämen s... Say hello to my little friend. Say hello. Sämen s aber auch angesagt. Au. Ich laufe. Wie wird's denn ein Starkflutung? Hau zu machen. Ich gucke mal rum, ob ich sie erleben kann. Say hello to my little friend. Hier haben sie alles gnadenlos abgeschlachtet. Jetzt fühlen sie sich stark, die Arschlöcher. Bloß weil sie ihr harmloses Käpschen wieder gemetzelt haben. Die gehen in die Annalen ein. Da muss hier eine Blume stehen. Ich sag's doch, Blödsinn, Alter. Wer baut hier da eine Blume hin? Ich brenne einfach. Oh, naja. Oh, sie kommen. Ich komme zu dir. Mann, Stoppwirkung erzielt. Hoffentlich. Ich höre dich hier. Ich bin hier drin. Ich laufe auf Holz. Ja, ja, ja. Ich komme jetzt rein. Was tue ich? Jetzt komme ich rein. Heilt sich hier einer? Ich stehe hier an der Kammer. Klippe nach. Ich muss es alleine klappen. Da vorne ist der 112er. Okay, mach. Hier liegen aber alles zu Toten. Ich will hier nur motten. Ich bin hier nur zum Motten reingekommen. Welche Arschgeike haben wir hier noch beschossen? Ja, irgendwie. Zum Morgen. Alter. Jetzt habe ich das Ding hab ich. Ich bin nicht da. Wer hat mich jetzt hier beschossen? Ich sehe niemanden. Ich sitze auf dem Klo. Ich schieße mir doch einer den Arm weg. Immer. Ich gucke, da ist keiner. Weißt du? Ja, das wird er erst mal hin, passt gut. Wo sich eigentlich gar nicht sehen kann. Oh, der eine sah aus wie ein Scaff, den ich da erschossen habe. Das ist wahrscheinlich auch geil. Ja, aber was sind das für Superscaffs? Hm, so wie letztens. Ja, hier rennen wir dran. Hier ist aber auch noch ein Inseck da, oder so. Wo rennen denn die? Mal rasseln. Ich komme raus. Ich bin doch unter 112er. Ja, gut. Manchstabwirkung. Ja, er kriegt es ins Genick, Alter. Keine Manchstabwirkung. Ins Genick. Ja. Ich bin doch. Da müssen wir ja nicht stehen. Alter, lecker. Alter, wir sind ja in der Scaffs. Doch nicht. Nee. Ich will die umlegen. Die schießen mich hier zusammen. Das schreit nach Rache. Okay. Gucken wir, ob da noch was ist. Sind die Kanaden. Ich glaube, das sind doch Gards, oder? Wende. Oder ist das, ist das, naja, aber ich weiß nicht. Das hört sich noch nicht so quakig an da hinten. Nee, das ist eigentlich nicht Gag, stimmt. Oh, nee, nee. Oh, nee, Gabor. Ey, die Mämen hier des Scaffs, oder was? Ja, irgendwie. Ja. Oh, nein, ich bin tot. Scheiße. Oh, nein. Mist. Das müssen irgendwie... Das ist ein brutales Viehzeug gewesen. Irgendwie. Wo sind die Tüten? Ja, ja. Such dein Heil in der Flucht. Ich weiß nicht, die sind clever, Alter. Wullpix. Wullpix hat mich erschossen. Ein Losek. Gard, ich habe Laborant erschossen, Alter. Ja, doch. Das muss ja sein, das hat auch irgendwo sein. Boah. Na, da quakt er hinten im Admin-Bereich rum. Das muss ja sein, 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 das